Moin Moin, hier ist der Zapp, Herzlich Willkommen zum Fallout 76 News Flash Nummer 8. In diesem Video bekommst Du wieder alle News, neue Infos und Neuigkeiten rund um Fallout 76 aus den letzten Tagen. Dabei gibt es handfeste Fakten, abgeschmeckt mit ein wenig von meiner Meinung dazu und ab und zu auch mal eine Prise Gerüchte und Spekulationen. Letztere sollten auch immer als solche erkennbar sein. Diesmal geht es unter anderem um den Bethesda Brief mit Aussicht auf die kommenden Änderungen bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus, die Patchnotes vom 19.11, neue Klamotten im Atomshop und noch ein paar sonstige News wie zum Beispiel Änderungen am FPS-Log auf dem PC. Falls Du neu hier sein solltest, auf diesem Kanal gibt es News, Guides und Gameplay zu Wirtschaft, Sims, Strategie und Rollenspielen sowie MMOs und in nächster Zeit ganz besonders viele Videos zu Fallout 76. Und wenn Dich das interessiert, sind zwei Klicks auf den Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben vielleicht gut für Dich. Bethesda Community Brief Bereits am 16.11 hat Bethesda einen Blogpost oder Brief an die Community veröffentlicht, in dem sie auf kommende Fehlerbehebungen eingehen und Pläne für neue Features anteasern. Einen Link zum Artikel in der Videobeschreibung unter Quellen oder im Zappzock.de Forum. Als erstes gab es hier bereits eine Vorab-Info zum Patch vom 19.11, doch dazu gleich im nächsten Abschnitt mehr. Für die kommenden Updates wurde angekündigt, dass sie auf jeden Fall an der Erhöhung der Kistengröße arbeiten. Sie erklärten nochmals, dass die momentane geringe Kistengröße aus technischen Gründen im Spiel ist, um die Stabilität der Server zu gewährleisten, indem sie die Menge der Gegenstände im gesamten Spiel so versuchen zu regulieren. Sie kündigen aber Änderungen noch für dieses Jahr an, die das Kistenproblem entschärfen sollen, ohne dabei die Serverstabilität zu verschlechtern. Weitere Punkte auf der Liste der Dinge, die dieses Jahr noch geändert oder repariert werden sollen, sind eine Push-to-Talk-Funktion für den Sprach-Chat, 21 zu 9 Unterstützung und überraschenderweise entgegen vorherigen Aussagen nun doch ein Field-of-View-Schieberegler. Dann gibt es noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr, wo die Öffnung neuer Vaults, Verbesserungen des Camp-Systems und ein fraktionsbasiertes PvP-System versprochen werden. Obendrein soll es wöchentliche Berichte von den Entwicklern über neue Features, Inhalte und Events geben. Patch Notes 1.01 Am 19.11. gab es den ersten Bugfix-Patch nach Release des Spiels und wieder fiel dieser enorm groß aus. PC-Spieler kamen noch relativ glimpflich mit ca. 15 GB davon, aber Playstation und Xbox Wastelander mussten zwischen 45 und 48 GB aus dem Internet herunterschaufeln. Meine in vorherigen Folgen geäußerte Befürchtung, dass Bethesda kein besonders effektives Patch-System benutzt, sondern einfach große Archive komplett austauscht, auch wenn nur wenig darin geändert wurde, scheint sich hier leider zu bestätigen. Wichtiger Punkt bei diesem Update nochmal zur Wiederholung, die versprochenen Änderungen zu Gewicht und Lagerkistengröße sind in diesem Patch noch nicht enthalten. Also macht euch da keine Hoffnung, das wird wohl noch eine Woche oder sogar länger dauern, ehe dieses Problem behoben oder gemildert wird. Nebenbei, etwas schräge Artikel auf einigen Webseiten, die bereits beim Release verkündeten, dass Fallout 76 nun mehr als 100 GB auf der Festplatte verbrauchen würde, sind dabei übrigens einfach falsch. Wenn das Spiel 50 GB groß ist und man 2x 40 GB patcht, heißt das nicht, dass man dann ein 130 GB großes Spiel hat, sondern einfach nur, dass große Teile des Spiels mit kleinen Änderungen erneut heruntergeladen werden. Und am Ende ist das Spiel trotzdem noch ca. 50 GB groß oder vielleicht minimal größer, das nur so am Rande. Ok, zu den eigentlichen Patch Notes, wer exakt nachlesen möchte, findet einen Link dazu auch in der Videobeschreibung unter den Quellen. Die Versionen sind auf den einzelnen Plattformen unterschiedlich, Xbox ist auf 1.0.1.8, PS4 auf 1.0.1.9 und die PC-Spieler bekommen die Version 1.0.1.14. Ob sich die verschiedenen Versionsnummern tatsächlich in unterschiedlichem Gameplay auswirken, wage ich aber eigentlich zu bezweifeln. In der Kategorie Allgemein wird auch nur sehr allgemein gesagt, dass die Performance und die Stabilität verbessert wurde. Dies kann also mehr oder weniger alles sein, von massiven Änderungen an der Engine bis hin zu kleinen Optimierungen an einzelnen Texturen oder Animationen. Der ganze Rest der Patch Notes beschäftigt sich dann mit Fehlerbehebungen, sprich Bugfixes. Im Abschnitt Kunst und Grafik wurde der Fehler behoben, dass Gegenstände, die in der Welt herumlagen, teilweise ihren Schatten zurückgelassen haben, wenn man sie aufgehoben hat, was auch wirklich etwas schräg aussah teilweise. Es gab Verbesserungen an der Kamerabewegung, wenn sich ein Charakter auf ein Möbelstück setzt und ein defektes Magazin-Cover wurde repariert. Im Abschnitt Gegner gibt es die allgemeine Aussage, dass es einen Bug gab, durch den Monster einen Spieler länger als gewünscht verfolgt haben. Dies wurde repariert und einige Ghoul und verbrannten Offiziere sollen jetzt Bombencodes fallen lassen, die das vorher nicht taten. Dazu muss ich anmerken, dass ich vorher damit nie Probleme hatte, aber der erste Offizier, der mir direkt nach dem Update über den Weg lief, der hatte dann keinen Code. Da war ich etwas erstaunt, so ganz repariert scheint mir das also noch nicht zu sein. Zum Thema Camp, Werkstätten gibt es drei Fixes, so wurde ein Problem beseitigt, durch dass Blaupausen sich in Einzelteile aufgelöst haben, wenn man sich ausgelockt hatte zwischendurch. Ich vermute hier mal, dass damit die gelagert Blaupause des gesamten Camps gemeint ist. Wäre wirklich gut, wenn diese Funktion etwas zuverlässiger wäre, da einige meiner Mitspieler und ich auch hier bereits häufig Probleme hatten. Also ich denke mal, dass dies ein sehr weit verbreitetes Problem war. Dann wurde ein Problem mit den Lackierungen der Power Armor gefixt und dafür gesorgt, dass diese Lackierungen wohl auch mehr als nur einmal angewendet werden können. Der letzte Fix in diesem Bereich beschäftigt sich mit einem Problem beim Reparieren. Hier habe ich gelesen, dass es Probleme mit dem Perk gab, durch das man seine Rüstungsteile über 100% reparieren konnte. Dies sah auch bisher im ersten Moment so aus, als wäre es passend, aber direkt nach dem allerersten Treffer auf die Rüstung ging dann die Haltbarkeit wieder auf 100% zurück, sodass dieser Perk eigentlich komplett nutzlos war. Das sollte jetzt eigentlich wie gewünscht funktionieren. Ein Problem, von dem man bei Facebook oder Reddit sehr oft lesen konnte, war, dass die Quest Tourismusbüro verbuggt war und man durch die Automaten, die man reparieren sollte, einfach hindurchlaufen konnte und das Reparieren nicht funktioniert hat. Dieser Bug wurde nun gefixt. Der Abschnitt PVP beinhaltet einige Fixes mit Werkstätten, Probleme beim Respawn nach dem PVP und vor allem Verbesserungen beim Rache-Nehmen-Feature. Ansonsten gab es noch kleinere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche von koreanischen Schriftzeichen über eine Änderung der Taste fürs Knipsen im Foto-Modus auf dem PC und ein Fix für den Fall, dass zwei Spieler sich gleichzeitig gegenseitig in ein Team einladen wollten und sich dann dadurch gar nicht mehr sehen konnten. Man kann davon ausgehen, dass es auch zahlreiche nicht-dokumentierte Bugfixes gab, einen davon werde ich später noch erwähnen. Reichlich neue Klamotten im Atom-Shop Zum Release war der Atom-Shop eröffnet worden, jedoch mit einer sehr begrenzten Auswahl an kosmetischen Gegenständen. Mit dem heutigen Update 101 wurden allerlei neue Artikel im Shop aufgenommen. So gibt es einige speziell für das amerikanische Thanksgiving-Fest ausgelegte Icons, ein Kochen wir Emote oder eine Power-Rüstungs-Lackierung in US-Farben. Aber auch so wurden eigentlich in allen Kategorien neue Gegenstände eingefügt, egal ob Hüte, Pip-Boy-Lackierungen, neue Teppiche und Items fürs Haus, neue Emotes oder Fotorahmen. Wer Atome ausgeben möchte, hat jetzt reichlich mehr Auswahl um dies zu tun. Es gibt wohl auch bereits einige Items neu in den Spieldateien, die in den nächsten Tagen und Wochen zu erwarten sind. Screenshots dazu gibt es bereits bei Reddit. Würde es dich interessieren, wenn ich diesen Teil ausführlicher gestalte und alle neuen Items im Atom-Shop einzeln zeigen würde? Bitte schreib mir was dazu in die Kommentare. Sonstiges Ein undokumentierter Fix im Update vom 19.11. wurde auch bereits gefunden. Laut Berichten auf Reddit ist das FPS-Lock auf dem PC auf 144Hz angehoben worden und das ohne Einfluss auf die Physik-Engine. Damit ist wohl einer der ältesten Problemfälle der Engine behoben worden. Besitzer von High-End-Monitoren und Grafikkarten werden sich also freuen dürfen und können Fallout 76 jetzt anscheinend in absolut flüssig genießen. Kleiner Fun-Fact am Rande, ich habe mich ja gefragt ob es wohl ein Level-Limit gibt und wo das wohl liegen wird. Heute ist mir im Spiel ein Level 125 Spieler über den Weg gelaufen. Da habe ich zwar irgendwie meine Zweifel, ob das so wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist in der kurzen Zeit, aber zumindest ist es wohl technisch möglich mindestens Level 125 zu werden. Ich bin grad mal Level 33 bisher auf meinem höchsten Charakter, aber ich habe auch drei verschiedene angefangen zum Testen und ich habe es eh nicht so eilig. Ein weiteres Thema, wo ich viel drüber lese und ich auch Videos dazu gesehen habe, die sich damit beschäftigen, ist die Herstellung von großen Mengen. Zuerst wurde oft gesagt, man sollte dies unbedingt machen, weil es Gewicht spart. Dann kam raus, dass es wohl nicht nur meistens nichts spart, sondern es sogar große Mengen gab, die schwerer waren als ihre Einzelteile. Nun hat sich aber wohl in den letzten Tagen irgendwas am Spiel geändert und die Gewichte dieser Gegenstände sind nun anders. So dass es für mich den Eindruck macht, als würde es sich vielleicht doch wieder lohnen, große Mengen herzustellen, um Gewicht zu sparen. Dies ist noch etwas unter Vorbehalt, das muss man erstmal nochmal genauer untersuchen. Dies war die erste Woche von Fallout 76 nach dem Release. Wie ist deine Meinung bisher dazu? Hattest du viele Probleme, Abstürze oder Lacks oder lief alles rund bei dir? Wie stark betrifft dich die geringe Lagerkistengröße? Schreib mir doch bitte mal deine Gedanken dazu in die Kommentare. Oben rechts beim i findest du mehr Fallout 76 Videos von mir und wenn du gern mehr diskutieren möchtest, dann schau auch mal auf Zappzock.de ins Forum. Einige Spieler haben sich dort bereits eingefunden und freuen sich auf Meinungsaustausch mit dir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann drück bitte mal auf den Daumen und dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zapp.